Dieses zu veräußernde 15er Rhein-Mitte-Haus steht in Rendscheid. Das im Jahr 2004 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Carport-Stellplatz. Es hat vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 350 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 132 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 295.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. essиг destruction von Zuru. قتartverm mm Möge Möge